Der Max, der rollt eben nicht. Was soll ich denn machen? Ich kann ihn nicht zum Rollen bringen. Der ist flach. Wie das von der Rollt. Nimm einen kleinen Ball. Dort liegt der kleine Ball da drüben. Max. Das geht nicht. Er ist ganz besessen. Ich glaube, ich räume es dann weg. Au, die wüde Sau. Ja, wie das beim Rollen. Maxi, das geht nicht. Das geht nicht. Kann der Lüft auftragen? Maria, guck das noch. Du bist der Warte. Ich werde auch hinkommen im Hintern. Jetzt haben wir schon die Katze weggekommen, weil der Max so verrückt ist. Max. Max, du dich entspannen ein bisschen. Du dich entspannen. So, dann räumen wir die Kühl. Ui, der Herr Kratzer hat mich schlossen. Wo ist denn dein Bruder? Der Kicke macht es bequem auf der Kühlmatte. Was kitzelt dich da hinten? Was kitzelt dich da hinten? Was war das? Max, nimm eine andere Puppe. Nimm eine andere Puppe. Das ist kein Ball. Das ist kein Ball, Schatzi. Das ist kein Ball. Such den kleinen Ball, Max. Den kleinen Ball.